So, Shiva nennt also Stärke Kahl. Geist... Kälte... Machen wir das mal. Wäre da nicht Shiva ausgerüstet, ich glaub. Wer hat ihn da, nicht wahr? Ja, hat er. Okay. Oh, jetzt hat sich das ein wenig verschoben. Ich versteh... Hier hab ich immer noch nichts, wenn ich mal schlafe, aber... Hm... Mal wieder kann er sich nur noch einziehen. Okay... Naja, machen wir jetzt mal weiter. Ching! Also wieder brauche ich schon mal nicht mehr ziehen. Feuer, Blitz, Eis, vielleicht... Die anderen Sachen noch für die... Zack! Okay... Wir brauchen jetzt hier... Oh Mann, das ist jetzt zu lange her. Zu lange her. Kann ich jetzt nochmals, wohin die ganzen Wege führen? Ach nö. Wieder zurück. Okay, dann müssen wir das jetzt auch. Oh, ah. Was ist? Mein Bein. Puh, jetzt geht's wieder. Sport ist mein Mann, man sollte sich nicht immer anstrengen. Wenn ich denn vorhin war und dann wollte ich überhaupt nicht anstrengen, was? Hä? Hat er was gesagt? Nichts? Das ist ein Speziesel. Das ist eine Truppe. Mann, Mann, Mann. Okay, dann müssen wir das auch holen. Das führt. Dann kommen wir ja ganz gemütlich da hoch. Oh, ich glaub, mit dem Stein kann ich auch irgendwas machen. Da, 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 da. Okay. BAMS! Okay. Ah, schon tot. Ach so, wo wurde ich hier lang? Hä? Was zur Hölle ist das denn hier? Gott. Schon bald läuft ich, nicht wahr? Weiß man gar nicht, wo man zuerst hingeht. Oh, hier sind Sprecher. Du, 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 du. So, wo gehen wir ins nächste Stamm? Ja, noch ein Stein. Boah! Das war knapp. Viermal. Sonst ist da nichts. So. 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 Alles klar. Ja, die steigen ja immer nicht schneller in den Level auf. So. 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 Es war leiser, als sie es mir vorgestellt hat. War das schon die Explosion? Habe ich euch das nicht gesagt, hier sind wir sicher. Okay, dann brauchen wir ja gar nicht lang bieten. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob das hier welche Auswirkungen hat. Was zum Teufel ist das? Okay, was hat er? Und die sind. Okay. Boah, wieso zieht ich denn so wenig, ey? Voll nervig. Okay. 1DZ hebt positive Zustandsveränderungen vom Gegner. Auf. Also hebt sie auf. Also, positive Sachen. Komm. Superschön. Viermal. Okay. Was für ein Ding. Töten. So. 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 Zack. Der Kampf dauert lange. Achso, ne, doch nicht. Ja, doch, dauert noch. Zum Teufel. Der dritt voll durch. Ah, das ist nicht normal. Die ist doch kaputt. Endlich. So. 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 Wollte sagen, wir machen den Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Sikowski.